Willkommen! Ein ganz besonderes Sofa habe ich hier für Sie und zwar von Willi Schillig. Ergo Slide 33430, ein Sofa N85 in Longlife-Leder Z7321 Stown. Außenmaß 2,17 cm, 217 cm. Was kann das Sofa? Sie können die Armlehne knicken mit Klemmbeschlag, so dass man auch wunderbar so drauf liegen kann. Jetzt komme ich mal hierher, dann bin ich näher bei Ihnen. Sie haben hier einen Knopf für die Fußstütze. Sie haben insgesamt vier versteckte Knöpfe zwischen Armlehne und Sitz. Der schiebt nach vorne, das ist der Ergo Slide in Kleiner. Sie brauchen keinen Platz nach hinten und haben jetzt einen tollen Komfort. Dann können Sie natürlich den Rücken nach hinten lassen. Und hier das Kopfteil etwas nach vorne nehmen. Idealer Sitz. Was will ich mehr? Der Abend kann beginnen. Und das haben Sie zweimal. Für Mann und Frau oder für Frau und Frau oder für Mann und Mann. Oder für Frau und Kind. Für zwei Personen. Und zur Not können sogar drei drauf sitzen. Und der Abend kann beginnen. Ich dachte gerade, warum ist das so versetzt? Aber das ist natürlich das Gewicht von meinen dicken Füßen. Jetzt hole ich mir noch das Kopfteil etwas vor. Und alles ist wunderbar. Und das Schöne daran ist die Technik darin. Jetzt muss ich natürlich das Kopfteil noch strecken. Sonst sitze ich unbequem. Die Technik darin sorgt dafür, dass Sie nur aufs Knöpfchen drücken müssen. Und das Sofa nicht bullig aussieht wie eine dicke Elsa, sondern grazil wie eine dünne Lena. Ein schönes, graziles Sofa in einem sehr weichen, tollen, pflegeleichten. Gut kombiniert warm. Longlife-Leder, schöne Armlehen, kompakte Nase. Ein Sofa für zwei, die wirklich gut sitzen und liegen wollen. Sind Sie das? Würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss.